Ich verstehe unter Ethischen Investment, dass man den Anlegern offenlegt, wo die Gelder investiert werden. Also eine Transparenz bietet den Kunden, sodass der Kunde eine Entscheidungsmöglichkeit auch darüber hat, wo die Gelder hingehen. Und dadurch kann er eine Verantwortung übernehmen und kann sozusagen sein eigenes ethisches Konzept umsetzen, auch mit der Geldanlage. Vielen Dank.